Aufpassen, darf ich wieder so ein Viech? Uh, was ist das? Ich will's nicht wissen. Ah, okay, wir haben einen Speicherpunkt, da vorne scheinen die Stationen zu sein, jawohl. Wunderbar. Nein, du sollst nicht springen, du sollst drücken. Ah, cool. Unser Freund hilft uns. Wie's aussieht. Dankeschön. Komm, geh neu. Zugriff gewährt. Hey, cool. Hey, cool. Was? 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 Das ist ein gute Mal, dass wir keinen Kinder gehabt hätten, wo schon die Kinder nicht element war... die Halt genug suchen, meine Eltern haben im Eis... Wenn sie zu Bern gehen gehen wird in Manhattan, zum Beispiel auch mit deinem Vater... Ich glaube, jemand wird dir eine Message geben. Ich meine, ich hoffe, sie werden. Ja, ich bin nicht sicher, dass du diese Message bekommst. Wenn du so... Ich möchte, dass ich dich nie verraten, dass ich dich nicht für folgen deiner Tränen. Es war einfach... Ich war einfach so glücklich, dass es nicht besser fit ist, mit dem ich unsere Leben wäre. Wenn du wirklich willst, eine große Familie zu holen... Ich glaube, was ich versuchen zu sagen, ist... Ich bin stolz von dir. Und selbst wenn es schwierig ist, sich zu separieren, ich nirgends nichts. Ich bin glücklich. Und... Ich wünsche mir wirklich, dass ich das sagen konnte, ohne den Sky zu fallen. Ich liebe dich, Amy. Ich habe immer. Und immer will. Hier noch eine Zeichnung. Das ist, glaube ich, der Typ, wo gerade im Video zu sehen war. So leicht. Aber es gibt es hier noch nichts. Ja, dann vermute ich mal müssen wir hier lang. Ja. Das ist schon mal ein Speicherpunkt. Okay, jetzt... Erinnert es doch sehr an Amazia. Oder... An Penumbra. Da mussten wir auch immer durch so enge Gänge laufen. Oder oft zumindest. Da vorne scheint wieder... Irgendwas. Es scheint jetzt Öl zu sein. Kein Blut. Ich weiß nicht, ob da vorne wieder irgendein Gegner ist, oder ob das einfach nur ein Lichtwurf ist. Aber das scheint nur ein Lichtwurf zu sein. Von irgendeiner Tür, wo offen steht, oder? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Hey, wie bist du... Don't hurt me! Oh Gott. Oh Gott. We binary. Was ist das denn? Oh Gott. Ich liebe mich. Ich liebe dich. Ich liebe mich. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Stromversorgung stabil. Okay, es scheint doch richtig gewesen zu sein. Ich ahne dennoch nichts Gutes. Wenn jetzt die Stromversorgung wieder da ist, kann man sicher die eine oder andere Tür öffnen. Wahrscheinlich die eine Tür da vorne, wo ja dieses Display da schwarz war, wo jetzt wahrscheinlich, vermute ich, mal funktionieren wird. Ja, da leuchtet irgendwas rot. Das heißt, es geht wahrscheinlich jetzt. War das jetzt eine gute Idee oder eine kleine gute Idee? Ah, da ist ein Shuttle, okay. Vermute mal, dass wir jetzt nach Lambda kommen mit dem Shuttle. Pathos 2, flutbare Luftschleuse, Reparaturset. Okay, das ist nicht so interessant. Das kann man wieder ausmachen. Shuttle J6, aktiviert. Stand by. Setzen wir uns mal hin, was? Transitkarte, wir müssen nach Lampen. Zielort bestimmen, Lampen. Abfahrt nach Lampen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Warte. Mitten ins Nichts. Willkommen zu Pathos 2. Ihr Expressway zu den Sternen. Was angefangen hat als eine thermale Mining-Operation in den 60er Jahren, hat sich jetzt auf die Omega-Space-Gun. Die Welt's most affordable way to launch satellites und deep-space probes. Unsere Unieke Atlantik-Ocean-Lokation allows für diese Gigantik-Koil-Gun, running longer than a marathon to safely launch projectiles, without risk of damaging the payload with risky combustion. Lampen. Die Station hat multiple Sites und hat eine diverse Staffe von Ingenierern und Wissenschaften. Together, they are able to produce, assemble, and enlarge the world's most sophisticated spacecrafts. And this is your principal operation. Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Absalon for Lambda. Lambda is Pathos 2's Shipping Dock and Transportation Hub. There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. And transports to the surface. Okay. Das war ja so klar, dass da irgendwas passiert. Wahrscheinlich haben wir nicht mal die Hälfte der Strecke erreicht. Wir müssen jetzt der Rest laufen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Taschenlabel lassen wir mal aus, weil es ist momentan hell genug. Ich hoffe, ihr seht auch genug. Da vorne. Hey. Simon. Simon, bist du da? Catherine, bist du da? Ich war auf meinem Weg, aber dann der Shuttle-Train, es hat verdammt. Bist du da? Das System sagt, dass die Strecke geöffnet wurde für eine Verbrechung des Verbrechung. Nein. Ich bin nicht gut. Was passiert in der Welt? Warum sind wir unter Wasser? Du bist wirklich aus dem Platz, nicht wahr? Du bist wirklich aus dem Platz, nicht wahr? Schau, nicht mehr über das jetzt. Ich verstehe, dass du wunderschön. Aber du bist so nah dran mit Lambda. Wenn du einfach weiter geht. Wie nah dran? Kann ich da gehen? Ja, aber der Tunnel ist geschlossen. Die Taschen aber bringt auch gar nichts. Ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller, mal gucken, ob es was bringt. Na okay, da vorne ist wieder Sonnen. Ja. 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 Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. nicht richtig zu sein. Ja. Was ist hier noch passiert? Das ist immer noch die Frage, wo ich mir stelle. Mit uns und mit der ganzen... Da ist es zu hören. Hier wieder geht's. Ah, was für ein Service. Jetzt schauen wir wieder an der Oberfläche zu sein. Oder was heißt Oberfläche? Zumindest nicht mehr noch weiter unter Wasser. Oh ja, irgendwann in 100 Jahren finden wir immer Lamp da. Das ist gar kein Problem. Okay, gehts nicht lang. 350 Meter. Bis Lambda oder bis wohin? Oh Leute, ich habe kein gutes Gefühl. Oh Leute, ich habe kein gutes Gefühl. Das muss schon so ein Stück heißen. Mach, dass du weg bleibst. Da scheint es doch richtig zu sein. Die Frage ist nur, wie komme ich da allein? Das sieht doch gut aus. Jetzt geht das ganze Szenario wieder von vorne los. Das Wasser pumpt sich ab. Dann öffnet sich die Tür wieder, hoffentlich. Oh, wunderbar. Oh, das sieht doch schon einladender aus. Oh Gott. Das hört sich doch nicht so einladend an. Ich lasse das Licht mal aus. Was? Kathrin? Be quiet. Don't look at him. Oh Gott. Was ist denn das? Du Scheiße 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 Du Scheiße